ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge ich habe oben schon gegossen meine ernte geholt und mich um die tierchen gekümmert ich sehe gerade mein gott meine tiere sind erwachsen worden die sind alle mies gelaunt weil die hatten kein futter die finden hier nix okay es wird also höchste zeit dass wir das hier unten weg machen und das gras dass sie das zum fressen haben können das was ich gleich machen werde ist ein bisschen naja weil ich lasse sie quasi frei und sie werden wahrscheinlich alle direkt raus stürmen aber egal wir müssen dass sie vergrößern definitiv so kann man direkt hier alles frei machen ja keine ahnung also ich hab halt hier ein bisschen mehr gras also fasern die weg können ich mache das jetzt mal hier mit meinen ganzen sachen perfekt dann kann das hier nämlich noch weg das wir können auch weg und das auch und dann werde ich nur dieses kleine stück hier weg tun weil ab hier dann quasi das losgeht so und jetzt mache ich das hier nochmal mal so ein bisschen frei und das hier auch so und da kommen jetzt auch die beiden zwischen die hier noch quasi übrig sind ich gehe mal gerade ganz kurz hier rauf und stell doch mal einmal welche her so dann habe ich das nicht auch verbunden nein das wollte ich nicht ach gott so jetzt sind die alle eingekesselt ja das ist dann halt so was ich gerade überlege ist ob ich das hier auch noch größer mache würde sagen ja so und dann werde ich das bis hier oben hin ziehen ich stehe im weg das ist auch immer gut oh mein gott ja nee so weit wollte ich das halt nicht ziehen es ist aber gut dass sie das hier jetzt schon mal essen ich stehe im weg schon wieder jetzt ist hier das tier im weg ich warte mal einmal ab bis es da weg ist dann platze ich den zaun kann ich die scheren ist unglücklich aber das hier das kann ich scheren ich packe mal direkt die pflanzenfasern hier rein das passiert nämlich wenn man einmal nicht füttert die tiere sind dann direkt richtig unglücklich ja gut oder in dem fall eher nicht so gut okay jetzt müsste eigentlich hier noch was hin dann habe ich hier jetzt noch irgendwo irgendwo holz dann guck mal hier den können wir fällen ich brauche eh noch holz und jetzt haben wir gleich keine energie mehr ich raste so aus habe ich hier noch irgendwas drin was ich essen kann habe ich irgendwas getrocknet und jetzt muss ich hier füttern kann ich das hier rauftun nein kann ich das nein das kann ich da nicht rauftun kann ich das hier rauftun kann ich nicht jetzt einmal bitte zu mir danke wo kam denn das jetzt her das stück da habe ich jetzt gar keinen plan ich bin verwirrt kann ich da jetzt das hinsetzen oh mein gott ja okay ist jetzt unpraktisch also der stein das muss halt alles weg aber die tiere haben jetzt zumindest schon mal ein bisschen mehr ja auch mal nicht tanzen und aufzutanzen ich wollte das hier auswählen und hier offen machen damit die tiere wieder reingehen können perfekt jetzt hänge ich hier fest ach es ist ja also so jetzt sind alle tierchen wieder drin perfekt mehr wollte ich gar nicht jetzt werde ich das hier als mein reittier auswählen sieht sehr cool aus das ist auch schon echt schnell 150 holz ich bin mir nicht ganz sicher ob wir das heute erreichen werden vielleicht mich nicht weiß woher ich irgendwas muss ich mir ganz gleich fleisch kaufen und das schnell braten wo ist denn der gute bei dem wir das machen können da grob bis dahin gib mir fleisch gib mir fleisch hallo guten tag hallo 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 hallo-hen Guten Tag. Ja, er übt hier. So cool. Hi, boin. Gib mir mal... fünf Stück. Danke. Ich werde heute noch richtig viele Bäume abschlagen. So. Lass mich kochen. Richtig gut. Fünf Stück davon. Perfekt. Dann gehen wir raus. Dann esse ich davon jetzt drei oder vier. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt essen kann und dann voll bin. So. Dann gehen wir jetzt wieder los. Und holen uns Bäume. Hier ist ein weißer Wolf. Hallöchen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Bäume irgendwie wieder anpflanzen kann oder so. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Bäume, bis ich hier ready bin. Okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Holz, dass wir am nächsten Tag das in Auftrag geben können. Und dann bin ich sehr gespannt, ob ich mein Haus dann anders einrichten werde oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ich sammle erst mal meine ganzen Sachen, die ich jetzt hier so geerntet habe und gehe erst mal schlafen. Dann bin ich mal beigetragen, habe ich nichts, ich weiß. Hallöchen. Dann werden wir mal gucken. Dann werden wir mal gucken. Dann werden wir mal gucken. Ach. 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 Jetzt muss ich natürlich auch erst mal warten, bis hier alles aufgestanden ist. In der Zwischenzeit gehe ich bei meinen Tieren auf jeden Fall vorbei und mache hier erst mal so ein bisschen sauber. Richtig gut. Hallöchen. Tag, Tag. Was geht? Die haben alle gut geschlafen. Wunderbar. Also ich finde das graue Bison schon echt schön. Also wirklich, das hat was. Hallo, Tag. Mann, ihr seid ja richtig klasse mit dem Sammeln. Und die meckern jetzt auch schon wieder rum, weil sie Hunger haben. Wenn ihr nicht rausgeht und hier nichts euch zu fressen holt, kann ich auch nichts machen. Gestern war kein Event, gar nichts. Okay, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob die nicht rausgehen können, wenn das Gras hier vor der Hütte wächst. Ich weiß nicht. Machen wir mal so. Hi. Was geht? Tagchen. Ach cool. Die haben hier schon wieder ein bisschen was zum Einsammeln quasi. Nehmen. Was haben die denn hier? Wen kann ich denn? Ist es in einem Tag soweit? Ist es in einem Tag soweit? Perfekt. Sehr gut. Ja, dann werde ich jetzt hier mal meine Sachen einsammeln und dann direkt mal gießen. Ah. Jetzt auch wieder alle. Perfekt. Ganze Kürbisse. Das ist richtig cool. Ich muss definitiv da unten nochmal ein paar mehr Kürbisse oder einen nochmal mit hinzupacken, damit das Ganze da voll ist. Das Ganze fällt, meine ich. Also ich muss sagen, für euch sind es wahrscheinlich so vom Gefühl her echt viele Parts. Aber da ich ja meistens direkt alles hintereinander aufnehme, weil ich auch einfach am Tag echt viel Bock habe zu zocken. Es kommt für mich gar nicht so lange vor. Und wir haben so viel schon geschafft in diesem Game. Ich meine, wir sind jetzt schon im Sommer, haben schon zehn Tage im Sommer quasi durchgespielt. Und haben schon so viele Tiere, so viele Erzeugnisse, so viele Pflanzen. Also ich glaube, das gibt es bei Stardew Valley nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe Stardew Valley vor kurzem erst gespielt. So für mich. Also beziehungsweise wir hatten so ein Pärchen-Spiel draus gemacht. Ich hatte das mit meinem Freund zusammen gespielt. Und ist nicht so ganz sein Genre. Also nicht so ganz das, was er sonst immer zockt. Aber da haben wir schon echt, echt lang gespielt. Also am Tag vier, fünf Stunden. Und das circa eine Woche. Wir waren dann nachher schon im Winter und wir hatten nicht annähernd so viele Tiere. Oder allgemein so, ja, das ganze Ausmaß. Deswegen. Richtig, richtig cool. Okay. Wir haben jetzt einiges eingesammelt. Ich werde jetzt zu Kroll runtergehen und ihm die Sachen geben, die er benötigt. Damit unser Haus ein bisschen aufgewertet wird. Herrlöchchen. Aus... Begrößern. Genau. Danke. Das ist richtig cool, wenn du das machen könntest. Sehr cool. Jetzt hat er nämlich auch erstmal was zu tun. Und wir können uns hier auf unsere Sachen konzentrieren. Insa möchte mit uns reden. Und der tut auch. Gut, dass die beide beim Lagerfeuer sind. Kann ich nämlich direkt alles einmal an einem Stück abarbeiten hier. Auf dem Weg das Salz zu holen, habe ich eine Idee. Wie wäre es, wenn ich die Ressourcen zwischen den Clans tauschen würde? Also habe ich unterwegs ein paar zusätzliche Dinge mitgenommen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas tauschen möchtest. Auberginensaat, Steinbockmilch, Rosmarin, Federmehl, Wildwintererbse, Öl aus Wildavocado, Wildalma, getrocknet und Feuerstein. Äh... Unser Angebot. Soll ich hier noch irgendwas hinzufügen? Deine Gürtel. Ja, ich habe halt nichts dabei, was ich tauschen könnte. So, guck mir mal, Insa. Ich liebe Fischen, aber in letzter Zeit hat das viele Bücken meinen Rücken geschadet. Nicht, dass ich alt wäre. Was wäre, wenn wir ein starkes Holz hätten, in dem wir einen scharfen Stein befestigen könnten? Ähm... Es ist so eine Art Harpune oder was? Hartholz und 20 Feuerstein benötigen wir. Okay. Dafür müssen wir dann eh erstmal wieder in die Höhle gehen. Wir haben aber keine... Wir haben keine... Wir haben keine Energie. Moment. Dann muss ich mir hier einmal meine Sachen holen. Mein Essen. So. So. Und dann gucken wir mal. Dann esse ich das jetzt einmal. So. Und dann mache ich das fertig. Oh mein Gott, irgendwas passiert. Ach, die beiden schon wieder. Das kann doch nicht sein. Man wirft von den Füßen aus. Mit den Füßen? Nein. Von. Man muss... Ah. Man muss schreien? Nein. Wenn du durfst, lehnst du dich zurück und... Seh dir nur diese kleine Nase an. Hä? Was wäre denn? Du willst, dass ich mit meiner Nase ansehe? Hm? Was? Nee. Das Füße ist nicht versteckt. Verstehe nicht, wie ein Blick auf meine Nase mir beim Sperrwurf helfen soll. Hier. Ich zeig dir, wie man das macht. Wir werfen aus der Hüfte. Äh. Shit. Äh. Das darfst du nicht. Hä? Wieso? Ähm. Nicht ohne kleine Blume Hallo zu sagen. Oh, hallo. Ich hab dich nicht gesehen. Bin nur zum Lernen hier. Jep. Sehr gut. Und um eine kleine Ablenkung zu sein. Was? Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Was war etwas hinter deinem Gewand? Unter deinem Gewand? Hat er sich auf das Schwein drauf gesetzt? Was? Nein. Nur Muskeln. Was unter seinem Gewand? Achso. Sorry. Viele, viele Muskeln. Äh. Okay. Er hat halt nicht viel Gewand und ich dachte, ja, egal. Ich muss jetzt super männliche Dinge tun. Alles klar. Komisch. Ja. Er hat einfach das Schwein so süß gefunden, dass er es nicht schlachten, sondern eher retten wollte. Auch gut. Auch gut. Hä? Wo ist mein Tier? Ach da. Wollte schon sagen. Ist einfach zurückgespawnt worden. Ähm. Gibt's hier irgendwas zu holen? Außer vielleicht... Ähm. Pilze? Oder irgendwie so. Pilze kann ich jetzt erstmal da lassen. Oh. Hello. Was geht. Uh. Samen. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Hier ist ein... weißes... Wildschwein. Das ist ja immer mega cool. Das stimme ich ein. Das finde ich sehr cool. mega gut vielleicht muss ich eventuell ein wildschwein freilassen vielleicht aber auch nicht das gucken wir dann soweit ist warte mal kann ich die blumen einsammeln oh mein gott echter land und okay das wollte ich eigentlich gar nicht einsammeln aber gut so ich gehe mal einmal feuersteine holen gehen wir mal zu eule da hinten hin da gibt es am meisten 20 stück wenn mich nicht alles täuscht das kriegen wir easy zusammen das ist nicht das problem im Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben zwar jetzt schon genug, aber ich sammle trotzdem nochmal ein bisschen mehr ein, weil wir eventuell ja noch für irgendwas anderes Feuerstein benötigen. Und dann muss ich nicht extra nochmal los. Das Rätsel hier müssen wir auch nochmal lösen. Ich glaube, der braucht irgendwie... Weiß ich nicht. Wir müssen ihm das hier geben. Akzeptiert er nicht. Was ist damit? Akzeptiert er auch nicht. Okay. Hm, komisch. Ich geh jetzt hier nochmal einen zurück. Achso, mein Gott. Bitte. So. Äh, die nehmen wir jetzt hier auch nochmal schnell mit. Und dann sind wir für heute in der Höhle auch durch. Und haben sowieso keine Energie mehr. Wir müssen ja jetzt gleich beim Ausgang sein. 46 ist okay. 46 ist gut. Wir gehen jetzt wieder zurück. Oh nein. Jetzt sind wir dahin. Ich wollte zum Wald zurück. Und ja. Jetzt haben wir definitiv genug und können das sogar noch in Auftrag geben, wenn wir jetzt schnell wieder zurück reiten. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Hartholz habe ich nämlich auch noch genug. So, äh, zu wem muss ich nochmal? Insa war das, na? Zu Insa? Wo ist sie denn? Wo ist Insa? Insa. Ach, die ist da unten. Cool. Hier gibt es wieder richtig schön viele Muscheln. Äh, die kann ich gleich auch noch einsammeln. Ich muss erstmal zu den Leuten hin, bevor die irgendwie schlafen gehen oder irgendwie sowas. Hallöchen. Tag. Ich möchte gern was besprechen. Kannst du das erforschen? Sehr cool. Oh mein Gott. Da. Ah, knüffende Kokosnuss. Sie hat begonnen, was zu machen. Oh, jetzt bin ich schon wieder drauf. Okay, das hat sie abgeschlossen. Insa probiert aus, wie das schon verbessert werden könnte. Sehr gut. Ähm, fertiggestellt. Ja, da sind wir noch bei. Mhm. Sonnenblumen viermal und Holz zwölf Stück. Ja, gucken wir mal, ob jetzt in der nächsten Zeit nochmal Sonnenblumen, ach süß, wie er frisst, Sonnenblumen hier gedroppt werden. Ob die bald, ich meine, reif sind, geerntet werden. Also ich muss halt sagen, diese ganzen Muscheln, die machen es halt auch ein bisschen aus, ne? Und nicht überall sind Kokosnüsse dran. Guck mal, hier beispielsweise ist noch irgendwas anderes. Wild Dattel. Okay. Hab ich jetzt auf der... Ne, das muss ich dann so gucken. Das wird auf der Map nicht angezeigt, dass die hier wachsen quasi. Ich hab nämlich die Bäume deswegen, also diese Palmen, deswegen auch bei mir auf der Farm angelegt. Gepflanzt. Weil ich mich, ähm, gerne alles bei mir auf der Farm hätte, was man so ernten kann. Damit ich nicht immer überall hinlaufen muss. Und ich finde es deswegen auch sehr, sehr cool, dass das überhaupt wächst. Und nicht, dass es nur in einigen Gebieten wächst. Okay. Gut. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Das können wir noch einsammeln. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich ganz und gar nicht. Okay. Haben wir hier irgendwo noch Platz für die Bärm-Sanguage? Jetzt überlege ich gerade, ob ich Sonnenblumen hier nochmal hinmache. Aber ich habe keine Energie mehr. Das heißt, wenn, dann machen wir das eh an einem anderen Tag. Wild Dattel. Was können wir da reintun? Milch. Beliebe ich. Haben wir gerade Milch? Nein. Können wir da eine Kokosnuss reintun? Nein. Was können wir da noch reintun? Wassertier, Gemüse, fast alle. What? Jetzt habe ich hier gerade nichts, ne? Ich glaube, das wäre wieder typisch. Moment, wir legen mal alles ab, was wir hier haben. Milch. Und Gemüse, Aubergine. Jetzt bin ich sehr gespannt, was der daraus macht. Oh, okay. Saft, Frucht, Baumfrucht. Baumfrucht beliebig. Wurzelgemüse. Gemüse, Saat, Olive, Avocado, Getreide, Mandel, Kokosnuss. Kokosnussmilch. Gib mir die Kokonat. Wo ist sie? Ich habe die doch hier eben. Da. Äh, die da. Was ist das? Wurzelgemüse. Hä? I don't know. Aber ich probiere das direkt mal aus. Kokosmilch macht der Safe jetzt. Keine Ausdauer mehr. Ist was? Oh, nö. Okay, gut. Dann, äh, ja. Sehr gut. Dann verkaufe ich jetzt hier mal die ganzen Sachen. Die ich jetzt hier so erstmal nicht brauche. Oh, was ist das denn? Leuchtend Mehlblüte. Die bei Erkältung hilft. Okay, nee, die behalte ich noch. Hm. Ansonsten behalte ich alles andere auch erstmal noch. Das brauche ich halt noch safe zum Kochen. Obwohl ich sagen muss, die Eier, die kann ich auch noch mit, ähm, ja, weggeben. Meine Schwäne, hätte ich jetzt fast gesagt. Meine Strauße, die sind da in höchster Produktion. Die geben Vollgas. Deswegen kann ich mir das leisten, die wegzugeben. Sehr gut. Okay, in der nächsten Folge ist unser Haus fertig. Wir machen Kokosmilch oder Wasser oder was auch immer. Pflanzen noch ein paar, ähm, Sonnenblumen an. Und bekommen unseren Zuchtstall. Oder Zuchthaus, was auch immer, wie man das nennt. Äh, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst mir sehr gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.